Timo, nimmst du deinen Obschrauber? Timo, nimmst du deinen Obschrauber? Ja, Timo. Dann denkt er sich. Ist ja eine Gorilla-Kirche. Jetzt kriegt ihr gerne einen Kickel. Vielleicht die Haumann rein, wir dürfen die Leide. Vielleicht, Timo, schmeißen die Leide. Aber Mama glaubt es nicht. Nein, nein, Mama! Mama, Mama, Mama! Er trägt den Fussen noch. Jetzt, hm? Wolltest du heute die Banane reichen? Nein, nein. Lacht der, meinst du, der Große? Nein. Ich glaub schon, dass der lacht. Oh, jetzt kriegst du wieder ein Kram. Nein, nein, nein. Kannst du mal so? Aha. Wollt ihr, Mama? Ja. Wollt ihr, der Kleine auch schon wiederkommen? Ja. Wollt ihr, der Kleine auch schon wiederkommen? Ja. Ja. Ja, sie hat sich ein Kram. Ich versuche, die Blut in der Glut. Ja, aber. Ja, aber. Sie lief sich ja noch. Mach die Ziemach. Ja. Ich schaue das. Ja. Ich schaue das. Ich schaue. Ja, ich schaue das. Ich schaue das. Ich schaue das. Ja, ich schaue das. Ja, ich schaue das. Das war's für heute. Ja, danke. Schau mal, was der für ein Hauer da drin hat. Was meinst du, wenn der... Die Kleine ist cool. Die Große ist doch viel lustiger. Und die Masse. Und die Kleine. Lächeln und klick. Oh, krass. Alter. Ja, ja, ja. Jetzt geht er runter. Jetzt geht er hoch. Geht er hoch. Geht er hoch und kann runter. Nein, nein, nein. Sehr nett, wer ist der Staub? Die Affen, die es ja da flacken lassen, ist der Kaffee wurscht. Ja, ja, klar, drei Wochen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.